Björn Oigny-Benny ist heute Morgen hier und du bist der Strategic Director, das muss ich vorlesen, XR Lab MCM, MCM dachte ich immer, die machen Taschen, aber anscheinend nicht, Universität Münster. Und du wirst uns heute Morgen ein bisschen was erzählen, was hat es denn so auf sich mit dem Metaverse? Wir sind auch komplett gleich online, das heißt, wenn es ein bisschen stottert, dann liegt es an euch, weil ihr eure Handys anhabt und in Webseiten. Also deswegen, bitte jetzt kurz mal runterfahren, wir sind nämlich ganz wacky, hier ist ja einer der höchsten Technologiestandorte Deutschlands, da ist das Internet immer ein bisschen problematisch. Aber ich freue mich darüber, du erzählst uns, was das Metaverse ist, wo man sich da zu Hause findet so ein bisschen und ich freue mich unglaublich auf deine Morning Speech sozusagen, schön, dass du da bist. Björn, die Bühne gehört dir. Vielen Dank für die Einladung. Dann auch von mir einen guten Morgen. Machen wir mal die Präsentation auf. Also mein Name ist Björn Onibini, wie Bernd gerade schon richtig sagte, ich komme aus Hamburg, nicht aus Münster, bin aber gebürtig aus Münster. Von daher gibt es da durchaus einen Bezug. Und ich arbeite schon seit 20 Jahren so an einer Schnittstelle von neuen digitalen Innovationen auf der einen Seite und Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Dialog auf der anderen. Viel direkt für Marken wie Deutsche Telekom, Nespresso oder auch die Bahn, aber auch viel für Agenturen und Beratungen. Und mein Imaginary Job Title ist Practical Visionary. Und das ist nur so halblustig gedacht, weil ich schon immer versuche, neue, spannende Themen zu finden, aber die immer mit einem starken, praktischen Bezug. Also nicht nur einfach zu erzählen, was gibt es da Neues, sondern auch, was bedeutet das für mich als Unternehmen oder als Kunden. Und da gibt es aktuell so drei Themen. Das eine ist Digitalstrategie ganz allgemein. Dann Disruptive China, weil wir, ich finde, viel zu viel nach Silicon Valley gucken und viel zu wenig nach China, weil dort sehr viel mehr passiert und sehr viel innovativere Dinge passieren. Und das dritte ist das, weshalb ich hier eigentlich heute Morgen bin, nämlich das ganze Thema Metaverse. Und da kommen wir auch zum MCM, weil MCM steht nicht für Taschen, sondern für Marketing Center Münster. Und das ist die Universität Münster. Das ist das Marketinginstitut dort. Und da haben wir vor zwei Jahren ein XA-Lab gegründet, wo wir auf der einen Seite 50 von diesen Headsets haben. Man sieht da oben auch, wie das dann aussieht, wenn wir das für die Lehre nutzen, wo wir auch sehr viel ausprobieren, experimentieren, messen, um zu verstehen, wie virtuelle Welten wirklich in der Praxis funktionieren. Das Thema Metaverse war eigentlich so der Hype im letzten Jahr. Wo der angefangen hat, das hat Bernd gerade schon erwähnt, mit dem Kollegen hier, der plötzlich sein Unternehmen umbenannt hat in Meta und damit einen riesen Hype ausgelöst hat. Das hier sind mal die Google Trends Charts. Man sieht aber auch, das ist dann relativ schnell wieder abgefallen. Nicht ganz auf Null, aber schon deutlich niedriger. Und aktuell ist es so, dass Mark Zuckerberg da ziemlich der Wind ins Gesicht weht, dass man eben sagt, hey, das hat doch alles nicht geklappt mit deinem Metaverse. Was auch ein bisschen komisch ist, das ist ja gerade mal anderthalb Jahre her, man kann nicht erwarten, dass man die Welt komplett in anderthalb Jahren ändert. Aber trotzdem ist irgendwie dieses Thema gefühlt schon wieder weg. Und das Thema heute eigentlich, wir haben ja das Jahr 2023, nicht mehr 2022, ist Chat-GPT, Bots und ähnliche Geschichten. Und die Frage ist, warum sprechen wir eigentlich noch über Metaverse? Und ich glaube, es gibt da einen guten Grund für, weil es nämlich zwei langfristige Trends gibt, die dieses Thema sehr stark treiben wird, auch unabhängig davon, wie erfolgreich Mark Zuckerberg und sein Unternehmen ist. Und der erste Trend ist die Tatsache, dass das Internet immer mehr zu einem sozialen Ort wird. Ich weiß nicht, ob jetzt jedem bewusst ist, was ich damit meine, das will ich mal kurz zeigen. Das Wort sozial ist gestern ja schon in Berns Präsentation ein paar Mal gefallen, nämlich mit Social Commerce. Und das ist ein sehr schöner Begriff und ein sehr schöner Punkt. Wenn wir mal überlegen, Commerce, Einkaufen, Sachen kaufen mit Freunden zusammen, im physischen Leben, ist eine Sache, die wir sehr einfach und schnell machen können. Wir gehen einfach gemeinsam in einen Laden und das war's. Wie machen wir das online? Ich habe mal darüber nachgedacht. Wie gehe ich mit Freunden zusammen online was einkaufen? Und die Antwort darauf ist, gar nicht. Das ist bei uns irgendwie nie so richtig durchdacht worden. Also im realen Leben Sachen einkaufen, einfach online Sachen einkaufen, mache ich eigentlich alleine. Das ist vom Use Case her bei so einer Firma wie Amazon erstaunlicherweise bisher noch nie so richtig durchdacht worden, glaube ich. Wie können meine Kunden zusammen irgendwie in der App zum Beispiel shoppen gehen? Wenn man mal E-Commerce sich insgesamt überlegt, dann ist es auch deswegen erstaunlich, weil wir im E-Commerce-Bereich seit 20 Jahren eigentlich keine wirkliche Innovation erlebt haben. Zumindest was das User Interface angeht. Amazon 2020 sieht genauso aus wie 2010 oder 2000. Das User Experience ist eigentlich irgendwann bei Ende der 90er Jahre erfunden worden und das war's. Wir haben da nicht sehr viel irgendwie an Veränderungen gesehen und alle Wettbewerber machen eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Also wie E-Commerce funktioniert, wissen wir, haben wir nicht weiter verändert, läuft. Das Problem ist aber, gemeinsam einkaufen ist da irgendwie bisher nie bedacht worden. Und das ist so einer der Punkte, wo es Sinn macht, mal nach China zu schauen, weil dort ist das komplett anders. Dort hat man mit dem E-Commerce genau an derselben Stelle angefangen, wo wir aufgehört haben. Aber man ist weitergegangen. Und dort ist die Idee, mit Freunden zusammen einkaufen gehen, schon lange irgendwie ganz normal in so Apps drin, mit einer ganz einfachen Funktion. Das ist jetzt nicht Rocket Science oder wahnsinnig innovativ, sondern ich kann einfach auf den Knopf drücken, eine Verbindung zu einem Freund herstellen. Wir können zusammen in der Taubauer-App, die wir hier sehen, das Produkt sehen. Mein Freund sieht genauso das, was ich sehe. Und dann können wir dazu sprechen und wir sehen gleichzeitig den Bildschirm. Ganz einfache Geschichte eigentlich, aber das Erstaunliche ist, wir haben da nie so richtig drüber nachgedacht. Und der Grund ist, dass unser Internet eigentlich heute ein ziemlich einsamer Ort ist. Fast alles, was wir online machen, machen wir alleine, losgelöst von anderen. Das haben wir auch alle in der Pandemie, glaube ich, erlebt, wo wir alle gemeinsam einsam waren. Mit diesem Use Case hier kennt jeder sicherlich auch. Jeder saß in seinem kleinen Briefmarkenkästchen, aber auch wieder komplett alleine. Wir haben dabei sicherlich auch ein Stück weit erlebt, dass Online-Meetings besser funktionieren, als wir das irgendwie vor 2020 irgendwie geglaubt haben. Aber es fehlt etwas. Das ist auch der Grund, warum wir uns hier treffen. Es fehlt halt so eine gewisse Intimität. So das Gefühl, wirklich mit den anderen zusammen zu sein. Das kann ich eben online nicht haben. Und das, was man da wirklich vermisst, dafür gibt es einen schönen Begriff, nämlich Immersion. Das Gefühl, wirklich dort zu sein. Das habe ich, wenn ich in Zoom bin, nicht, weil da sitze ich auf meinem Bürostuhl, gucke in kleine Webkamera und sehe irgendwie kleine Kästchen. Das ist nichts, was man mit Immersion verbinden könnte. Und das ist der Punkt, wo diese lustigen kleinen Headsets ins Spiel kommen, weil die einem das Gefühl von Immersion wirklich vermitteln können. Das kann man eigentlich nicht wirklich theoretisch erklären. Das glaubt man erst, wenn man es wirklich erlebt. Deswegen ist das Ausprobieren eigentlich immer das, was einen am besten überzeugt. Aber ich habe als zweitbeste Möglichkeit ein kleines Video mitgebracht, wo wir so einen Raum sehen, wo mehrere Leute irgendwelche Spiele spielen, vermutlich irgendwelche Monster bekämpfen. Und da kann man sehen, dass so das Spielen auf dem Fernseher doch sich anders anfühlt, als das Spielen in so virtuellen Raum mit Headsets. Ich zeige mal kurz, wie das dann genau in der Praxis aussieht. Ja, ich glaube an der Stelle ist dann klar geworden, was Immersion konkret bedeutet. Ja, sie hat wirklich das Gefühl gehabt, dort zu sein. Ja, und diese VR und dieses 3D vermittelt eben das Gefühl von wirklich physischer Präsenz, dass man wirklich an einem anderen Ort ist. Das hier ist mein Kollege in Münster, der gerne in seinem Büro Tischtennis spielt, ja, in VR. Ja, genau dasselbe Prinzip, ja, auch er hat das Gefühl, wirklich vor so einem Tischtennistisch zu stehen, obwohl der da physisch nicht vorhanden ist. Das Spannende ist aber der, der auf der anderen Seite spielt, das kann ein Computer sein, das kann aber auch irgendein Freund ein Bekannter sein, das kann aber auch irgendein anderer Spieler sein auf der ganzen Welt. Und das bringt das andere Ding zum Geltung, nämlich diese Immersion zusammen mit mehreren Nutzern sorgt dafür, dass wir Social Presence entwickeln. Ja, das Gefühl, mit anderen an einem Ort gemeinsam zu sein. Und das ist eigentlich der Kern von Metaverse, ja, dass ich eben die Möglichkeit habe, plötzlich diesen einsamen Ort zu einem Lebendigen werden zu lassen. Das zeigt auch, wie wir Metaverse ganz einfach definieren können, das ist meistens ja relativ kompliziert, aber ich mache es mal mit einer ganz einfachen Arbeitsdefinition, mit der man ganz gut arbeiten kann. Nämlich virtuelle Welten, in die man einfach reingehen kann, ja, ohne Ein- und Ausschalter, da trifft man dann reale Menschen als Avatare und der Grund, warum man dort ist, ein wesentlicher Teil des User Experience ist, ist die soziale Interaktion. Ja, wenn das zusammenkommt, dann kann man eigentlich relativ sicher von einem Metaverse sprechen. Und das zeigt auch, dass nicht jeder virtuelle Ort gleichzeitig oder sofort ein Metaverse ist, sondern diese drei Sachen müssen ebenso als Schnittmenge zusammenkommen. Man braucht da auch nicht zwingend diese Headsets, man kann das auch mit einem Handy machen oder man kann das auch mit einem Laptop machen, aber das Gefühl, das echte Gefühl der Immersion, das Stärkste, das hat man eben mit solchen Headsets. Ja, und wenn man sich fragt, gibt es denn solche Headsets schon in der Masse, ist das schon so viel weiter wie ein iPhone? Nee, ist es natürlich nicht. Ja, das sind relativ kleine Gruppen von Leuten, die das haben. In vielen Firmen ist das aber schon sehr viel üblicher, als wir das vielleicht häufig glauben. Ja, ich glaube, es gibt kaum Industrieunternehmen, was nicht schon im VR-Bereich irgendwie experimentieren, Sachen ausprobieren oder auch teilweise ganz selbstverständlich einsetzen. Und vermutlich werden sich diese Headsets nicht so durchsetzen wie die iPhones, sondern wie die Computer in den 90ern. Ja, da gab es auch in den Firmen Computer, nicht zu Hause, aber nach und nach hat man festgestellt, dass man die zu Hause vielleicht auch gebrauchen könnte. Und so ähnlich werden sich vielleicht auch die Headsets durchsetzen. Was man sich auch klar machen muss, ja, die sehen aktuell noch ein bisschen komisch aus und die sind auch zu groß und der Akku hält nicht lange genug, aber das kennen wir von vielen anderen Geräten auch. Ja, also das ist nicht so, dass zum Beispiel das iPhone gleich von Anfang an perfekt war. Auch da hat es eine Weile gebraucht, bis es eben an einem Punkt war, wo wir heute eben dort stehen. Und iPhone ist auch ein ganz gutes Bild, weil die Headsets, die es heute gibt, das ist nicht so unbedingt das iPhone 1, die sind schon ein bisschen weiter. Ja, das ist vielleicht so iPhone 3, GS, 4 oder so. Und wenn wir das mit dem vergleichen, was wir heute auf unserem Telefon haben, ist natürlich die Technologie extrem weit fortgeschritten. Aber wir haben damals ja auch nicht gesagt, naja, das iPhone 4 lasse ich erstmal liegen, ich gucke mir das nochmal an, wenn ein iPhone 14 rauskommt. Ja, also man konnte damals ja schon sehr viel damit machen. Und es wird sich auch noch sehr viel tun. Ja, also das, worüber wir gerade gesprochen haben, ist Virtual Reality. Das, was als nächstes kommen wird, ist Augmented Reality, also dass ich nicht aus der physischen Realität in eine virtuelle komplett eintauche, sondern dass ich die virtuelle und die physische Realität miteinander verbinde in Form so einer Brille. Und dann haben wir hier so ein kleines Video, was zeigt, wie das dann in der Praxis aussehen kann. Und dann ist es nicht so, dass sich das beides sozusagen weiterentwickelt, von VR zu AR, sondern das wird sich parallel entwickeln. Für jede Sache gibt es eigentlich eine sinnvolle Anwendung und sinnvolle Use Cases. Und wenn das erstmal so weit kommt, dann werden wir vielleicht in die Richtung gehen, die man Augmented Society nennen kann, wo im Prinzip unsere physische Welt ständig so einen Digital Layer darüber bekommt, der dann wiederum die Verbindung zu diesem Metaverse bildet. Und das bringt uns genau zu dem zweiten Thema, nämlich dem zweiten Trend. Nämlich, dass Online und Offline nicht mehr getrennt existieren werden, sondern miteinander verschmelzen werden. Ja, und wenn diese Glasses als AR-Geschichte, als AR-Endgeräte wirklich erstmal funktionieren, dann haben wir vielleicht nochmal eine dritte große Revolution im Formfaktor, was digitale Technologie angeht. Ja, wo wir vom PC und Laptop irgendwann zum Smartphone gegangen sind und dann werden wir die Glasses als dritte Komponente dazu bekommen. Wird nochmal ganz spannend sein. Aber wie dann sozusagen unsere Welt aussieht, da habe ich auch nochmal ein kurzes Video aus China mitgebracht. Ja, hier sehen wir auch nochmal von Alibaba so eine Vision, wie dann der Besuch in einem... in einer Boutique ablaufen kann, wenn ich eben diese Verbindung habe von Online- und Offline-Welt, von physischer und virtueller Realität. Ja, ich sehe dann vielleicht die Kleider nicht mehr in ganz vielen unterschiedlichen Farben in dem Laden hängen, sondern nur noch in einer und ich kann aber die verschiedenen Farben einblenden. Und so weiter. Ja, das Ganze ist übrigens in China Teil von einem Trend, der OMO heißt, Online Merge Offline, wo das schon grundsätzlich in ganz vielen Bereichen von vornherein so gedacht wird. Ja, also Online und Offline nicht mehr getrennt gedacht, sondern als eine Einheit. Bei uns ist es ja eher so, dass wir eher über OOO nachdenken. Ja, wir sind entweder online oder wir sind offline. Ja, auch Omnichannel ist meistens eher gedacht in zwei Silos, die nicht so wirklich miteinander verschmolzen sind. Und ganz häufig hört man dazu noch, aber ich mag schon lieber mich real treffen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Was heißt denn eigentlich real? Und ich glaube, in ein paar Jahren werden wir den Begriff Realität nochmal ganz anders definieren, als wir es heute tun, nämlich indem wir die physische und die virtuelle Welt eben als eins denken. Ja, also das, was wir in der virtuellen Welt erleben und das, was wir in der physischen Welt erleben, das wird unsere Realität sein. Und da werden wir auch nicht mehr zwischen beiden Dingen unterscheiden. Ja, und das zeigt dann nochmal, wie das Metaverse so insgesamt aussehen wird irgendwann. Ja, wir haben virtuelle Welten, die halt dafür sorgen, dass das Internet nicht mehr ein einsamer Ort ist, sondern dass ich mich mit anderen dort treffen kann. Ich habe Augmentation, dass ich eben die physische und die digitale Welt miteinander verbinde. Und ich habe diese ganzen AI-Web3-Geschichten, die das alles irgendwie als Infrastruktur zusammenführen. Ja, und diese zwei Trends, glaube ich, das wird das sein, was die nächsten Jahre dieses Thema massiv vorantreiben wird. Die Frage ist jetzt aber noch, was machen denn Firmen damit? Und vor allem, kann da heute schon was mit passieren? Und das ist durchaus der Fall. Also es ist nicht so, dass wir hier über, das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit Mark Zuckerberg habe, er spricht häufig über Visionen, die in 10, 15 Jahren passieren, aber eigentlich sind da ganz viele Dinge heute schon möglich, die total spannend sind. Also zum Beispiel, das Remote-Arbeiten in virtuellen Welten ist etwas, was heute schon gut funktionieren kann. Also wir sehen hier zum Beispiel die Welt des Horizon Workrooms von Meta, wo ich eine virtuelle Arbeitsumgebung habe, wo ich mich mit meinen Kollegen treffen kann, wo ich zusammenarbeiten kann. Und das funktioniert heute schon extrem gut. Also wir haben ein komplettes Master-Seminar in Münster, ein Semester lang in VR unterrichtet. Und das hat so unglaublich gut funktioniert, dass wir, wir wollten das eigentlich mit Zoom kombinieren, dass wir darauf komplett verzichtet haben. Also das ist etwas, was heute schon nicht in der Theorie existiert, sondern in der Praxis. Und das Spannende ist, wenn man das mal ausprobiert, stellt man etwas ganz Erstaunliches fest. Wir haben alle, glaube ich, Teams oder Zoom oder sowas kennengelernt in den letzten zwei, drei Jahren. Und da sitzt man eben genau, wie eben schon beschrieben, alleine zu Hause. Man sitzt auf einem Stuhl, guckt in eine Kamera, die anderen Kollegen sind da, man hat nicht wirklich das Gefühl, mit denen zusammen zu sein. Wenn man das in so einer Remote-Session in einem virtuellen Raum macht mit anderen und am nächsten Tag darüber nachdenkt, dann ist das anders. Dann saß man vielleicht auf derselben Bürostuhl wie vorher, aber man hat das Gefühl, mit den anderen wirklich in einem Raum gewesen zu sein. Und das ist eine extrem spannende Geschichte, die man nicht wirklich erklären kann und theoretisch rüberbringen kann, die muss man erleben und dann merkt man sie aber auch sofort intuitiv. Also man erinnert sich an den nächsten Tag daran, dass man dort mit den anderen zusammen war. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil das eben auch plötzlich ermöglicht, gemeinsame Erlebnisse zu haben und ich kann plötzlich eben Teambuilding über Remote machen, was ich eben mit Teams nicht so wahnsinnig gut machen kann. Deswegen sind für Personalabteilungen zum Beispiel VR-Geschichten extrem spannend. Bosch experimentiert da zum Beispiel mit einer Jobfair, wo sich Bewerber in virtuellen Räumen die verschiedenen Stände von den verschiedenen Tochterunternehmen anguckt. Und Accenture hat 60.000 von diesen Brillen gekauft und jeder neue Mitarbeiter bekommt eine. Die machen das Onboarding von Mitarbeitern teilweise schon in virtueller Realität, um halt auch zum Beispiel eine Internationalität, internationales Networken zu ermöglichen. Weil ich eben dafür sorgen kann, dass ich dort Leute treffen kann, die eben nicht physisch an einem Ort sind. Events kann man sehr schön in VR machen. Also hier ist ein Beispiel, was wir gemacht haben mit Huawei, dem TK-Zulieferer aus China, die normalerweise eine Studentenaktion gemacht haben, wo sie die Studenten nach Shenzhen geflogen hätten, was in den letzten Jahren nicht ging. Das haben wir dann in VR gemacht und hat wirklich gut funktioniert. Hier kann man zum Beispiel den Leuten, die teilnehmen wollen, die Headsets einfach schicken, weil wir eben über 40, 50 Teilnehmer sprechen und das ist logistisch relativ einfach handelbar. Die müssen dann die Headsets nicht haben, sondern sie bekommen dann eben die zeitweise gestellt. Auch eine Sache, die heute schon sehr gut funktioniert. Was auch sehr gut funktioniert und was vielleicht ein bisschen besser noch zu Ihren Thematiken passt, ist alles rund um Maschinenvisualisierung. Also hier sehen wir ein Beispiel von Maylefer, einem großen Hersteller von Kabelsystemen aus Finnland, die die gesamte Produktion virtualisiert haben und die mit Kunden sich zusammen angucken können. Ja, das sind ganz lange Produktionsstraßen, in denen halt diese Kabelstränge produziert werden. Die kann ich nicht mit zu einer Messe nehmen, die kann ich auch nicht einfach dem Kunden nach Hause schicken. Ich kann aber auf der anderen Seite sitzen irgendwo im Lapland, da kommt der Kunde auch nicht so einfach hin. Aber ich kann halt zusammen mit ihm, indem ich ihm vielleicht diese Brille vorher schicke, mich in diesen virtuellen Versionen treffen. Und das ist etwas, was auch heute schon ziemlich gut funktioniert und auch angenommen wird. Ja, das zeigt eben, es gibt eine ganze Reihe von sehr guten Use Cases, die heute schon wirklich extrem gut genutzt werden können. Der nächste Schritt, oder wir sind eigentlich gar nicht, wir sind da schon, also es ist jetzt auch nicht so, dass es wahnsinnig weit weg ist, ist, dass man auch über ein industrielles Metaverse nachdenken kann. Ja, wo man eben diese ganze Virtualität nutzt, um industrielle Prozesse zu unterstützen. Und das hier ist unten ein Beispiel, was ich gestern im Zug hierher gelesen habe, wo Nvidia, die Hersteller von Grafikkarten und AI-Systemen, die etwas aufbauen, was Omniverse heißt, was im Prinzip so ein industrielles Metaverse werden soll, die mit BMW zusammen eine komplett virtuelle Version einer neuen Fabrik in Ungarn gebaut haben, wo die halt vorher schon die gesamte Fabrik ausprobieren können, Sachen prüfen können, ob die Maschinen dorthin passen und so weiter, ob die gut zusammenarbeiten, bevor sie wirklich aufgebaut werden. Ja, mit der Folge, dass natürlich viele Dinge sehr viel einfacher und besser und schneller und vor allem günstiger ausprobiert werden können, als wenn ich erst diese Fabrik aufbaue und dann feststelle, was nicht funktioniert. Ja, also dieses ganze Thema Digital Twins wird ein ganz wichtiger Teil sein, was wir in den nächsten Jahren auch erleben werden und viele Dinge haben wir dort heute schon. Da ist vieles nicht wirklich Metaverse, so wie ich es am Anfang beschrieben habe, es geht eher so um Virtualisierung, aber in ganz vielen Bereichen ist eben dann doch wieder die soziale Interaktion, das bessere Zusammenarbeiten ein ganz wesentlicher Teil von dem, was man dort macht. Ja, also dieses Planen einer Fabrik im virtuellen Raum findet dann ja auch nicht alleine statt, sondern ich kann dann eben mit meinen Kollegen zusammen durch diese virtuelle Fabrik gehen und mir angucken, was dort wie am besten gemacht wird. Ja, und das eben, wie gesagt, geht nicht nur irgendwie in 10, 15 Jahren, sondern durchaus in ganz vielen Bereichen schon heute. Jetzt ist aber noch so ein bisschen die Frage, was können Sie denn eigentlich damit machen? Ja, also was macht Online Print mit dem Metaverse? Da bin ich ja längst nicht so der Experte. Bernd hat dazu schon was geschrieben, das kann man, glaube ich, empfehlen, aber ich habe gedacht, 2023, JetGPT, was macht man heutzutage? Man fragt JetGPT. Habe ich gestern auch mal schnell gemacht. Ja, wie kann eine Online Print Company eigentlich das Metaverse nutzen? Und da kam dann die Antwort hier. Und da sind viele Sachen, die sind, glaube ich, durchaus sinnvoll. Ja, Virtual Showroom hatten wir gerade schon, interaktiver Produktkatalog. Customizing ist, glaube ich, auch nochmal Thema. Auch hier vielleicht taucht das auch. Virtuelle Events haben wir gerade schon gesehen. Gamification bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das wirklich passt. Aber da sieht man durchaus eine ganze Reihe von ganz spannenden Ansätzen, die man vielleicht mal verfolgen kann. Das Fazit von JetGPT sah dann so aus. Ja, also wofür kann man das Metaverse nutzen, um eben mit der Kraft sozusagen der virtuellen Realität mehr immersive Erlebnisse zu entwickeln, höhere Marken-Awareness zu schaffen und Loyalität. Ehrlicherweise muss man sagen, das kann man wirklich für fast jeden Marketingbereich nutzen. Das ist jetzt ein bisschen generisch, aber gut. Aber ich glaube, dass da eine ganze Reihe von wahnsinnig spannenden Sachen demnächst möglich werden. Und ich kann Sie nur einladen, das auszuprobieren, weil das wird wirklich, glaube ich, sehr spannend sein, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Und ja, vielen Dank. Donnerwetter, stell dich auf die andere Seite, dann verstecken wir uns nicht so hinter dem Pult. Also, das war ja schon Absicht, dass wir deine Rede heute Morgen machen. Jetzt nicht, weil Peter gleich was Reelles erzählen muss und wir jetzt virtuell waren. Schwere Latte, die du da hochgehängt hast für ihn. Noch mal herzlichen Dank für diesen eindrucksvollen Vortrag. Also, ich fand das unglaublich, wie du das auf den Punkt gebracht hast. Noch mal Dank an dich. Ihr könnt jetzt noch mal klatschen, ich fand das gut. Was Björn jetzt nicht gesagt hat, ist, ich habe das ausprobiert. Und ihr wart so nett, mir ein Headset zu schicken. Ich habe ein virtuelles Meeting mitgemacht, habe dann dementsprechend mich da auch ein bisschen getummelt und habe mich natürlich auch gefragt, was können wir in der Druckindustrie, in der Online-Print-Industrie damit anfangen? Weil Showrooms ist nett, aber mal ehrlich, keiner will einen Showroom, wo wir einen Stapel Visitenkarten haben und dies und das und jenes. Was wollen wir aber? Wir brauchen virtuelle Haptik. Je komplexer Printprodukte werden, je komplexer wir Verpackungen, Bücher, Brandbooks und ähnliche Themen abbilden, desto mehr brauchen wir eine Virtualisierung, bevor ein Produkt fertig ist. Und jetzt stelle ich mir vor, ich gehe in eine virtuelle Online-Druckerei und lade mal vorher meinen PDF hoch und kann dann praktisch mit meinen Händen durch mein Magazin blättern, es umdrehen. Ich kann zwar nicht dran riechen, das ist bei Print extrem wichtig, dass man immer mal dran riecht, vor allem, wenn es so V-Druck ist. Und dass man dann dementsprechend das anfassen kann, ich kann die Verpackung anfassen, ich kann die Verpackung aufbauen und all das sind Welten, die brauchen wir. Jetzt höre ich natürlich sofort wieder jeden und wir haben auch schon so eine Frage da. Ja, diese Brille ist witzig und das, was das Mädel da gerade erlebt hat, ich habe ein geiles Video, das will ich unbedingt haben, was das Mädel da gerade erlebt hat, habe ich auch erlebt. Also sprich, ich habe diese Brille auf dem Kopf, ist natürlich auch für Brillenträger dann immer nochmal so ein Thema, weil man dann, ich kriege schon in einer Stunde Kopfweh, weil das natürlich nicht auf meine Optik ausgerichtet ist, aber es geht einigermaßen. Man begibt sich wirklich, ob man will oder nicht, in diese Welt hinein und es war dann auch wirklich so, dass man Leute trifft, die sehen zwar alle ganz komisch, aus, gebe ich ehrlich zu, also so Köpfe, die schweben und all sowas. Aber es ist toll, dass man sich da hineinbegibt und wenn ich mir dann das abstrahiere, Entschuldigung, dass ich so aushol, dass wir dieses Thema, wo wir jetzt 3D-Renderings machen, wo wir große, aufwendige Renderings machen, wo wir On-Demand-Verpackungen bebildern, wo wir On-Demand-Sehr-Viele-Themen machen, dann sind wir gar nicht so weit weg davon, weil wir können diese Modelle auch in virtuelle Welten transportieren und da auch sichtbar machen. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn ihr im Packaging-Bereich unterwegs seid oder wenn ihr hochwertige Produkte personalisiert, wie können wir den Kunden erreichen? Da müssen wir nicht zwingend nur mit der Brille unterwegs sein, nur der erste Schritt kann auch sein, dass man eben diesen Schritt in Richtung Augment Reality geht, was viele von uns ja schon tun, aber wir sind eben über den Zeitraum der Spielerei hinaus. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es eben nicht Zukunftsmusik ist, sondern real ist und dass wir es umsetzen können. Und deswegen war mir das so wichtig, dass du heute Morgen hier bist. Jetzt ist aber noch eine Frage, wie lange kann man so ein Headset tragen, also wegen dem zusätzlichen Gewicht im Kopf, bei so einem Dickkopf wie bei mir geht das, kann man ein Acht-Stunden-Meeting ohne Probleme damit realisieren? Tja Björn, jetzt bin ich mal gespannt. Kann man ein Acht-Stunden-Meeting ohne Headset ohne Probleme? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Nein, also die Faustregel ist, dass der Akku weniger, nicht so lange hält wie man selber. Also das ist gar kein Problem. Also keiner ist acht Stunden in dem Meeting hoffentlich. Die Sache ist, dass man sowas ein, anderthalb Stunden oder so, also das, wo du teilgenommen hast, das machen wir eine Stunde, dann machen wir eine Stunde Pause und dann machen wir nochmal anderthalb Stunden. Also das ist eben so die Art und Weise, wie man das nutzt. Also das jetzt aufsetzen und dann warten, bis es einem schlecht wird, nach acht Stunden ist dann, das ist keine gute Idee. Also das ist einfach, Ich bin nach einer Stunde vom Stuhl gefallen, weil ich habe gar nicht mehr so die, wirklich platt schlage ich da und meine Frau hat gesagt, was machst du? Also ein wichtiger Punkt ist, das Gute an diesen Headsets ist, die sind ja stand-alone. Also man kann die aufsetzen und man muss nicht ein Kabel oder sowas und es wird einem dann vor allem schlecht, wenn man sich mit dem Joystick bewegt, aber wenn man ein bisschen Platz um sich herum hat und wirklich physisch auch im Raum rumläuft, dann merkt man plötzlich, dass man eigentlich gar kein so großes Problem hat, weil eben das, was man sieht und das, was das Gehirn sozusagen mitmacht, nicht auseinanderfällt und dann hat man damit nicht so ein wahnsinnig großes Problem. Was vielleicht auch noch wichtig ist, es geht ja nie darum, das Treffen im Physischen zu ersetzen. Oder wenn ich halt ein Produkt vor mir sehe, klar, das ist immer besser, gar keine Frage. Es geht darum, eine Remote-Session besser zu machen. Also wenn ich eben mich mit einem Kunden treffen will und die Alternative ist Zoom oder was anderes, dann ist das anderes und das kann dann VR sein vielleicht besser. Also wenn ich mich mit dem Kunden vor der Druckmaschine treffe und mir das angucke, ist das natürlich immer die bessere Alternative. Aber wenn der Kunde vielleicht aus dem Ausland kommt oder sowas, dann ist es natürlich nicht so einfach, dass man sich mal eben trifft und das geht eben in VR heute schon ziemlich gut. Ich glaube auch, dass uns diese Technologien helfen, wenn man zum Beispiel, ihr kennt das, man will erstmal jemanden kennenlernen, bevor man vielleicht hinfährt und mit dem längere Zeit verbringt. Dass man schon mal so einen ersten Weg der sozialen Kontaktaufnahme hat. Ich weiß, dass es sehr abstrakt ist, aber nachdem ich da selber mal eingetaucht bin und ich werde auf Beyond Printer darüber mal berichten, wie wir das gemacht haben, weil eure Kurse, die ihr da macht, beziehungsweise Meetings, da schickt ihr ja vom Institut aus Headsets raus, dass man sich die leihen kann. Also muss man sich natürlich für qualifizieren können, jetzt nicht über 500 Leute machen, aber einzelne Leute können da mal rein und da versuchen wir mal einen Link herzustellen. Ich glaube, das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Das macht aber nicht die Uni, sondern das mache ich zusammen mit einer Agentur aus Berlin. Entschuldigung, ich komme da mal durcheinander, dass die Kollegen jetzt keinen Schreck kriegen. Wobei, das schafft gar nicht, wenn die mal wachen, aber das ist noch ein anderes Thema. Jetzt gibt es noch eine Frage, fühlt es sich denn wirklich gleich an, wie man Menschen in echtem Leben trifft? Haben wir, glaube ich, schon beantwortet. Also es ist ein Weg dahin. Ja, es ist aber auch ein wichtiger Punkt, wenn man das als Screenshots oder als Videos auf YouTube sieht, dann Floating Heads auf Torsos ohne Beine, dann ist das irgendwie komisch. Ja, das ist auch vollkommen klar. Wenn man drin ist, dann vergisst man das sofort. Ja, also unser Gehirn ist extrem gut darin, Dinge zu abstrahieren und dafür zu sorgen, dass Informationen, die nicht da sind, ergänzt werden und dann nehmen wir das als vollkommen selbstverständlich wahr. In den theoretischen Diskussionen ist es immer so, dass man sehr stark auf die optische Perfektion Wert liegt. Unser Gehirn tut das gar nicht. Was viel wichtiger ist, ist der Ton. Ja, exakt. Das ist was, was ganz häufig übersehen wird, aber Spatial Audio, also wir nehmen sehr viel Räumlichkeit unterbewusst über Ton wahr. Ja, also ihr hört mich von vorne, ja, man hört den Nachbarn, weiß, wo der sitzt und sowas. Wenn das das Headset abbildet und das tut es, dann bekomme ich ein ganz natürliches Gefühl von Räumlichkeit und wenn das gut gewährleistet ist, dann habe ich ein sehr starkes Gefühl von Realität. Ja, dann funktioniert das wirklich gut. Das kennen wir, glaube ich, auch alle von Zoom. Wenn das Bild ein bisschen krisselt, boah, das ist doof, aber kein Problem. Wenn der Ton schlecht ist, dann steigt man sehr schnell aus. Ja, also der Ton ist sehr viel wichtiger als das Sehen und es gibt wissenschaftliche Experimente, wo man, wenn zwei Personen sich in virtueller Welt unterhalten, die nur als Steine oder Blöcke oder sowas da waren, irgendwie abgebildet sind, aber sich ganz normal unterhalten, dass das die Leute dann wiederum sehr schnell als die echte Person wahrnehmen. Ja, eben auch wieder dieser Effekt, unser Gehirn abstrahiert davon, was man wirklich dann sieht. Also von daher, das ist in der Theorie eine Diskussion, der hat keine Beine und sowas, in der Praxis ist das überhaupt kein Problem. Ja, eine weitere Frage ist, warum denkst du, wird das so lange dauern, bis wir das wirklich im Business einsetzen können? So verstehe ich zumindest die Frage. Was jetzt? Ja, hier die obere. Why do you think it's taking so long for a business to use? Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist gar nicht so. Ich auch nicht. Also die Frage ist eher, warum glaubt das Mark Zuckerberg? Ja. Also warum erzählt, das ist ein großes Rätsel, was ich seit zwei Jahren... Weil er will ja erst seine Bank noch gründen, damit er dann auch ordentlich Geld verdient. Ja, also, oder die Erwartungen runterschrauben, ich weiß es nicht. Gerade im Industriebereich wird halt ganz viel von den Dingen schon vollkommen selbstverständlich genutzt. Also ich unterrichte unter anderem digitale Strategie und da haben wir gerade mit Studenten, die ja auch in so dualen Studium in Firmen arbeiten, dann eine Metaverse-Session gemacht und die sollten Beispiele aus ihren Firmen mitbringen. Und Airbus zum Beispiel macht den kompletten Innenausbau in ihren Maschinen in VR mit den Kunden. Ja, die bauen die ganze Maschine schon in VR aus, bevor sie wirklich real passiert, gucken, ob die Koffer durchpassen und all solche Geschichten. Das ist eine Selbstverständlichkeit, das ist keine Theorie. Jung Heinrich kennt der eine oder andere vielleicht aus dem Papierlager. Ja, also die Hersteller von Gabelstaplern und ähnlichen Geschichten, die haben total tolle Simulatoren mit VR-Brillen, wo ich eben lernen, so einen Staplerschein machen kann in VR. Und all solche Sachen. Also da ist das alles schon sehr viel weiter, als wir, glaube ich, denken. Ich glaube auch, dass es eine reelle Anwendung ist, vor allen Dingen, ihr erinnert euch, wir hatten ja immer wieder mal Diskussionen auch über Generation Z und dass die angeblich mit Print nicht viel anfangen können. Und ich glaube, dass wenn wir uns von unserem hohen Ross mal runterbegeben und sagen, hey, das ist irgendwie so eine Daddelei für irgendwelche virtuellen Kollegen, die da wirklich in einer anderen Welt unterwegs sind, sondern gucken, wie wir das im Alltag verwenden können, dass wir auch Menschen begeistern können für Print und für das Erlebnis von Print in virtuellen Welten. Und du hast ein schönes Wort geprägt, OMO, ja, also Online Meets Offline, oder ne, Merge Offline. und ich glaube, das ist ein schöner Arbeitstitel für das, was wir hier auch weiter beim Online Print Symposium mit bedienen wollen, weil ich glaube, dass genau diese Kombination aus den virtuellen Welten und den Vorteilen, die wir da haben und das, was wir in Print haben, dass wir das auch zusammenbringen können. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn ich jetzt eine Demoverpackung nach Hause geschickt bekomme, ich kann sie wirklich anfassen, kann ich ja auch durchaus hingegen über QR-Codes mir virtuell aus der virtuellen Welt ein PDF reinladen in meine virtuelle Verpackung. Also das heißt, ich habe eine weiße Verpackung vor mir, habe meine VR-Brille auf, kann dann die Daten in diese weiße Verpackung laden und sehe die gedruckt vor mir. Kann sie also fühlen. Und immer insbesondere dann, wenn ich mir vorstelle, wie kann ich Menschen begeistern für so etwas. Hier Brief vor Druckfülle, eure Mailings zum Beispiel, stellt euch vor, die poppen hoch. Und das ist jetzt nicht nur einfach so, dass die da irgendwie virtuell abgebildet werden als Bildchen, sondern es passiert etwas. Und da wir die 3D-Rendering-Modelle ja haben, da wir vieles schon haben mit unserem Umfeld in der Online-Druckindustrie, klassische Drucker haben es ein bisschen schwieriger, aber in der Online-Druckindustrie können wir diese Modelle auch virtualisieren und nutzen. Und ich glaube, das ist ein ziemlich guter Weg, da hinzugehen. Ich hatte schon überlegt, ob wir es nicht hinkriegen, dass wir allen so eine Brille hier mal aufsetzen für so eine Morgen-Session. Da habe ich gedacht, gestern an der Angelegenheit gab es Gin Tonic, die Arbeit musst du dir nicht machen. Aber es ist definitiv ein großes Thema. Und Björn, ich danke dir von Herzen. Oh, da gibt es noch eine Frage. Avatare transportieren keine Mimik. Warum ist das besser als Zoom? Also erst mal ist das nicht ganz richtig. Also die neuen, neue Generation von Brillen. Das stimmt, die können die Augenbrauen hochziehen. Nein, die haben Kameras, die nach innen gehen, die komplette Mimik übertragen. Also die Quest Pro zum Beispiel von Meta, da habe ich halt alles komplett, sozusagen was mein Gesicht macht, überträgt sich auch auf meinen Avatar. Also da habe ich die Mimik mit drin und bei fast allen neuen Headsets ist das so. Also von daher, da geht man hin. Und warum ist das besser als Zoom? Wie gesagt, beides hat seine Berechtigung. Also das ist jetzt nicht so, dass das alles komplett besser ist als eine Remote-Session in Zoom oder Teams. Aber ich habe eben auf Zoom nicht diese Möglichkeit, das Gefühl haben, wirklich ein gemeinsames Erlebnis zu generieren. Also jetzt nur mal so ein Beispiel, wenn ich mich mit mehreren Leuten, so wie wir das gemacht haben, in so einer virtuellen Welt treffe und dann ist Pause, so wie wir das gleich in, weiß ich nicht, in einer Stunde oder so was hier haben, dann gehen die einen in die Richtung, die anderen gehen in die Richtung, ein paar stellen, sie bleiben sitzen und unterhalten sich mit seinen Nachbarn. Das kann ich in Zoom alles nicht machen. Ja, das kann ich aber in so einem virtuellen Event machen. Da habe ich die ganzen sozialen Prozesse, die wir hier so auch so die letzten 36 Stunden erlebt haben, die habe ich in der virtuellen Realität auch und das ist einer der wesentlichen Gründe, was die fehlende Mimik in Stuttgart kompensiert. Was mich ja absolut gestört hat in diesem virtuellen Playground, wo wir waren, wir haben uns ja auf einer Ebene getroffen, dann könnte man runter zum Feuer, Lagerfeuer gehen, überall Rauchen verboten. Finde ich eigentlich eine Sauerei. Aber wir kommen wieder zum Ernst zurück. Warum ist dieses Thema wichtig für uns? Weil wir einfach lernen müssen, mit diesen Technologien umzugehen und die zu verbinden mit dem, wie wir verkaufen wollen in Zukunft. Und wie wir verkaufen wollen, auf der einen Seite, aber auch, wie wir Sachen erfahrbar machen. Und ich glaube, dass da die beste Herangehensweise für euch ist, weil ihr fragt euch sicher, wenn ihr jetzt ein kleines Unternehmen seid, ja, wie sollen wir das denn noch machen? Gleiche Frage wie gestern, was sollen wir denn noch alles machen? Aber tastet euch da ran. Nehmt ein, zwei Leute, macht ein Tiger-Team oder nennt die einfach die Jungs mit den virtuellen Brillen und die probieren mal was aus und die erklären euch als Unternehmer, wie sowas geht. Seid ihr ein größeres Unternehmen, habt ihr IT, die sowas machen, aber probiert es aus und probiert vor allen Dingen aus, was kann man da vielleicht auch mit dem Handy noch machen, weil dieser Schritt übers Handy ohne die Brille, ja, ist auch erstmal ein guter Ansatzpunkt, um überhaupt sich da hineinzufinden, dieses Thema. Weil ich glaube fest daran, wenn wir künftig online verkaufen, müssen wir virtuelle Welten so bedienen wie die reelle Welt. Wir müssen diesen kleinen Knopf im Kopf umschalten, dass die virtuelle Welt nur was für Daddler und Spieler ist. Ich glaube, das bringt viele Menschen zusammen und auch Menschen zusammen, zum Beispiel, die sich nicht fortbewegen können, die nicht irgendwo hingehen können, die mal nur irgendwo reingucken möchten. Und es baut Hemmschwellen ab, in dem Moment, wenn ich da unterwegs bin, dass ich mir einfach mal etwas angucke. Und deswegen finde ich das sensationell. Björn, wir bleiben in Kontakt. Ich befürchte, du musst nächstes Jahr oder die Tage danach noch einmal wiederkommen, weil es gibt so viele Neuigkeiten. Björn, ich danke dir herzlich für deine Morning Speech. Sehr gerne. Danke. Vielen Dank. Danke dir.